hallöchen zusammen es freut mich dass ihr wieder da seid auf meinem kanal und heute habe ich mal wieder ein unboxing für euch schon ein bisschen länger her und eigentlich sollte diese box auch gar nicht da sein ich habe sie gekündigt das ist nämlich die luxury box und zwar gibt es die quartalsweise und im letzten quartal hatte ich die gekündigt aber irgendwie kam die heute trotzdem an dann habe ich mir halt gedacht na gut dann nehmen wir halt noch mal eine und wir schauen mal was so drin ist die luxury box ich hab schon gesagt kommt pro quartal einmal kostet 49 95 ja es sollen high end kosmetikprodukte drin sein ist immer ganz nett verpackt dann schauen wir jetzt mal was da so drin ist ich habe schon ein bisschen gespickt ich verrate euch von daher weiß ich das und dann steckt auch schon ein kärtchen drin dass die heißt das marita ich würde sagen das heißt die marita hat meine luxury box gepackt vielen dank marita und dann gucken wir mal und dann gibt es da wie immer das luxury mag und das ist jetzt von mai bis juli das magazin der luxury box ich kann euch ja dann immer was dazu vorlesen zu den einzelnen produkten die man dann jetzt hier so rausholen und gucken mal was da außer warms warms paper warms noch so drin ist habe ich hier also das erste das ist macadamia das ist so eine haarmarke sagt mir was gibt es im dm ist also jetzt nicht wirklich so ein high end produkt was ich hier erwarte muss ich jetzt mal so sagen nourishing moisture mask also eine feuchtigkeitsspendende maske für das haar oil authorities da steht nix in deutsch drauf von daher gucken wir da jetzt mal was steht hier macadamia professional feuchtigkeitsmaske sondergröße 60 milliliter ist also keine originalgröße ich weiß ich bin ein bisschen quengelig aber in der luxury box für 50 euro erwarte ich das da jetzt nicht wirklich so wenig mal gucken ich habe anscheinend die einzige das sind zwei sondergrößen drin dieses mal also gut dann wollen wir das verzeihen und gucken was da steht angereichert mit wertvollem macadamia öl baut diese feuchtigkeitsmaske die gesunde haarstruktur wieder auf revitalisiert und repariert das haar also 60 milliliter sind 19 euro so grundsätzlich mag ich so haarmasken ja sehr gerne macadamia nüsse finde ich super lecker im haar lassen fünf bis zehn minuten dann aus waschen und ein bis zweimal pro woche je nachdem wie viel feuchtigkeit das haar so braucht steht da dann schauen wir was als nächstes drin ist karité institut sheer body cream made in france sheer körper creme für empfindliche haut körper creme karité butter zarte geschmeidige haut institut karité paris milch creme body creme das ist die originalgröße mit 75 milliliter und die kostet 19 euro 50 ich schnuppe da mal dran wo das ist so eine tube das erinnert mich total an loxitan ne aber das ist was anderes glaube ich also kurz riechen die sie schon mal nix guckt euch das mal an dann mache ich mir die ganzen finger kaputt muss ich die mit dem schraubenzieher aufmachen oder was es darf ja wohl nicht wahr sein moment ich nehme mein t-shirt ich tue mir gerade echt ziemlich weh boah das war ja jetzt total mäßig verschlossen riecht nach nix nicht wirklich ich greife da auch nicht ran ich schnuppe nur weil das ist sowas ich habe jede menge body butter kram noch vom november als ich in amerika gekauft habe deshalb wird das auf alle fälle verschenkt es kommen jetzt demnächst so eine geburtstage auf mich zu da ist das passend da steht dann angereichert mit 25 prozent scheer butter sowie zart parfümiert habe ich nichts gebrochen mit milch creme versorgt die milch creme ihre haut mit reichhaltiger feuchtigkeit dank ihrer schmelzen und zugleich nicht fettenden konsistenz trinkt sie schnell ein und sorgt für eine samtreiche haut okay nächstes ah ja das ist dieses teil okay dr severin body aftershave barn for women mit achtung jetzt hammer melis menthol und rosmarin also so richtig kräuterig kräuter iches after shave hier vorne steht es auf deutsch für schöne sanfte und glatte haut nach dem rasieren wachsen epilieren also ich epiliere aber ich brauche da ich kein achterschiff war regelmäßig auftragen und einziehen lassen bei bedarf anschließend kurz abspülen hilft die haut zu beruhigen und rötungen reizung von poren vorzubeugen dieses teil ist eine originalgröße mit 200 milliliter und kostet 33 euro 10 und ich gucke hier auf den zettel das ist das teuerste ding in dieser luxuri box ein aftershave leute ne meiner meinung nach geht es gar nicht da gibt es jetzt bestimmt frauen die finden es total geil aber ich nicht ich erwarte einfach was anderes aber mein mann freut sich da bestimmt weil das ding riecht ja total kräuterisch so wir gucken mal wie das riecht das mache ich halt also auf weil ich habe da schon beschlossen als ich das gesehen habe dass das da drin ist ich habe ja wie gesagt schon gespickt bei facebook die leute können ja immer nicht im mund halten die müssen das dann sofort posten das und das und das ist alles drin ich wollte es halt wissen und da habe ich halt mal geguckt weil ansonsten hätte ich das ding zurück geschickt wenn nichts drin gewesen wäre was interessiert hätte und hätte gesagt ich habe aber gekündigt so sage ich halt naja gut jetzt schnüffeln wir da mal und gucken mal wie sowas aussieht es sieht aus wie eine schuhcreme die ich habe die hat so einen komischen oh gott es riecht nach husten big medinite diesen balsam den man sich so auf die dings schmiert ich wollte echt ein parfüm macht man da rein aber ein aftershave balsam also nee oder ja es riecht total männlich das ist eindeutig nee vorwummen wer hat gesagt dass das vorwummen ist so ich hau mir das hier jetzt was hier rüber geblubbert ist das ist so ein gel es riecht extrem nach rosmarin gut ich mag rosmarin aber trotzdem nee oder dann muss mein mann jetzt mal dann riechen und dann kriegt der ein aftershave hat er auch noch nicht gehabt für über 30 euro jetzt schmieren wir das mal so ja es riecht heftig was ist das menthol kühlt natürlich dann aber ja also es ist ein geles bappt nicht es zieht gut ein und so seht ihr das das eiert hier oben drauf rum ich krieg's nicht mehr drauf jetzt kommt da noch mehr rausgeglitscht ok ich mache das jetzt so was der deckel da jetzt so drauf frankfurt am main und der doktor severin ist eine markenname und keine natürliche person ok dann haben wir hier ein täschchen ein kleines ein winzlings täschchen von den loki's ich würde mal sagen das soll so eine kosmetiktasche sein so was hatte ich auch schon mal in der galabox war das nicht in der galabox wo ich so eins hatte von loki zu weihnachten meine ich war das oder was die du box eins von beiden also so sieht es aus finde ich vom design her nicht schlecht ich habe aber auch schon wieder jede menge von diesen teilen also das wandert auch in irgendein geschenk oder giveaway das täschchen was schreiben die was das wert ist steht hier gar nicht drauf das gehört also nicht zu den normalen sachen die da mit drin sind in der luxury box ich habe aber gespeckt bei douglas weil ich weiß dass die die verkaufen und da kostet so ein dreier set 15 euro naja das ist aber die größte größe also ich würde mal sagen wenn wir großzügig sind kostet das ding acht euro haben wir also unser täschchen was haben wir noch hier haben wir ein libtwist lippenzel lippenstift von etre belle der hat die farbe 10809 wenn das so eine farbe ist wie das so aussieht ist der recht hübsch originalgröße 15 euro 30 cremig luxuriöse textur unverstehliche farben ultrafeminine ausdruckskraft lip twist pencil vereinten lippenkontur und lippenstift zum idealen begleiter für sinnlich schöne lippen und das ist von der farbe her jetzt doch ein bisschen anders sieht es aus als hier hinten und wieder ich mache hier keinen swatch das sieht hier mehr so korallen farbig aus ich habe mir auch gerade in usa lippenstifte gekauft aber den hier den verschenke ich auch gerne da habe ich auch schon jemanden im hinterköpfchen was haben wir denn da das kenne ich das hatte ich schon mal für pur berlin pures hyaluronserum das ist so ein kleines furzelteil 3,5 milliliter sondergröße hyaluronserum mit silberpartikeln hatte ich in der gala box habe ich schon gesagt dass ich die gala box vermisst ich fand die echt gut ich weiß nicht warum die die eingestellt haben dieses kleine futzel ding kostet 19 euro ich habe es benutzt ja sehe ich 30 jünger aus nicht wirklich das ist aber auch was werde ich weitergeben ja es gibt viele geburtstage und ja vielleicht nützt es ja bei anderen leuten so was haben wir jetzt da das ist aber was für mich leute nicht wahr das seht ihr doch schon gleich opi she's a bad muffletta she's a bad muffletta das ist aus der new orleans serie die kam im frühjahr raus das ist also ein richtig schönes ich würde mal sagen pink rot gemisch das ist so eine spezialfarbe opi habe ich jetzt nicht so viel weil die sind in deutschland doch recht teuer die schreiben hier 16 euro in den staaten kriegt man die opi so für 10 dollar 15 milliliter hat der die schreiben hier mit dem intensiven rot also ich würde es jetzt nicht als wirklich ein intensives rot bezeichnen für mich ist das mehr so ein pinkrot wenn man sich das hier anschaut das ist für mich so mehr intensives rot und das hat doch ein bisschen mehr so pink pinke untertöne drin ich finde es aber schön mir gefällt es intensives rot she's a bad muffletta kann man den tropischen temperaturen von new orleans mit einem coolen look trotzen schreiben die da so sieht er aus das ist er die opi sind normalerweise auch sehr gut zum stempeln ich habe da also auch einen silberfarbenen mit dem ich gerne stempel also da freue ich mich natürlich total drüber das wisst ihr ja Nagellackfreak hier man kann nie genug Nagellack haben auch wenn man schon 100 im schrank stehen hat was haben wir noch alles ein bisschen staubig das sind aber hier diese paperworms lord & barry forever black liquid eyeliner pen lord & barry das sagt mir jetzt gar nichts 21 euro originalgröße handliche liquid eyeliner forever black lord & barry angereichert mit konzentrierten schwarzpigmenten verspricht ein langhaltendes wasserfestes augenmatt ne wasserfestes augenmakeup mit einem matten finish man muss drehen da sind 1,7ml drin da hat man dann hier diesen pencil ich habe es normalerweise auch nicht wirklich so mit liquid eyeliner also von daher was haben wir noch hier noch was von diesem etre belle auch made in germany ne steht da drauf so kann man es so sehen lash express und hyaluronic heißt das dass da irgendwas mit hyaluron drin sein soll hyaluron also das ist auf alle fälle eine mascara lash express hyaluronic originalgröße 8,5ml mascara lash express von etre belle überzeugt mit einem gebogenen maxi curl bürstchen sorgt für dichte und perfekt geschwungene wimpern mit ausdrucksstarken volumen bei mascaras habe ich immer das problem dass ich waschbeeraugen kriege fast bei allen also da gibt es nicht viele die das nicht machen ich hatte jetzt eine von der cat1d das war die super super duper 24 stunden irgendwas mascara die war richtig genial die habe ich aber im november gekauft und jetzt ist es mai und ja ich habe sie echt viel benutzt und so und nach sechs monaten war sie dann doch dann finito ne weil die mascaras die halten ja nicht ganz so lang und diese hier die werde ich jetzt ausprobieren ich habe geguckt die hat gute bewertungen ich habe aber jetzt nichts darüber gelesen ob die auch ja smudge fest also wisch fest ist die hat also hier so eine gebogene flexible plastikbürste das seht ihr ne das sind keine haare das ist plastik ich mache das jetzt direkt wieder rein weil sonst kommt so viel luft da rein das will ich nicht die bürsten mag ich total gerne diese plastikbürsten die sind mir lieber als die mit den härchen und das werde ich auf alle fälle ausprobiert das finde ich ganz gut da kann ich mal probieren ob das wirklich jetzt eine ist die wirklich tatsächlich was bringt und das war's kein golden ticket nee dieses mal nicht das ist es wir haben also jetzt hier ich lege es euch hier nochmal hin ah das blendet echt tut mir leid so da bin ich wieder ich habe es jetzt also so eingestellt dass ihr hier lesen könnt ohne dass es hoffentlich zu sehr blendet ihr könnt es auch kurz anhalten ich habe in der zwischenzeit ausgerechnet was da jetzt drin ist das sind ohne dieses lopi ding wo wir uns ja so ungefähr ja wenn wir großzügig sind acht euro mal ansetzen also die produkte die hier offiziell drin sind sind 159 euro 30 das ist schon einiges weil das ist das dreifache von dem was man bezahlt ist da drin da kann man nicht meckern auch wenn man nicht alle produkte selber benutzt kann man doch vielleicht freunden bekannten oder bei einem giveaway jemanden eine freude machen so mache ich das jedenfalls immer diesmal sind keine gutscheine oder so irgendwas anscheinend haben sie das abgesetzt mit dem gold ticket da ist nämlich nichts mehr erwähnt das war ja ganz nett ich sag nochmal grob so jay oder nay also ne was ich so davon halte was ich selbst benutzen werde also das hier ganz klar jene würde ich selber benutze ich habe aber schon so viele aber das geht bestimmt in den giveaway da ist das eigentlich immer sehr sehr schön da kann man die sachen auch gut dann reinpacken grundsätzlich jay aber ich habe momentan halt viel von daher werde ich es auch verschenken ich finde es aber gut so eine body cream moisturizing feuchtigkeitsspende body cream kann man immer brauchen auf alle fälle ein jay mit dieser haarmaske natürlich ein jay gibt es für mir für den opi nagellack der sieht also wirklich cool aus richtig schöne sommerfarbe jetzt dann gibt es natürlich ein jay für die mascara und es gibt ein jay für diesen lip liner den würde ich auch behalten wenn ich nicht so viele lippenstifte momentan eh schon hätte aber ich finde es ein tolles produkt weil den kann man halt auch wirklich so raus höher pur weil ich es kenne sonst würde ich vielleicht jay sagen aber ich kenne es halt deshalb sage ich ich verschenke es ne und hoffe dass es bei jemand anderem vielleicht ja den absoluten burner bringt ich weiß es nicht ich mag einfach keine eyeliners von daher nee und dann haben wir hier nochmal so ein nee produkt aber mein mann kriegt das und der freut sich drüber hoffe ich dass es ihm gefällt und so ne aber auf meine nähseite also wenn man hier dreimal näh war nicht wirklich so prickelnd und 1 2 3 4 5 6 mal haben sie eigentlich wirklich ganz gute sachen jetzt getroffen vom preis kann man eh nicht meckern also die luxury box ist da schon eine der besseren boxen und es gibt sie ja auch nur alle drei monate da kann man dann die 50 euro wenn man das teilt durch drei monate dann ist das auch okay habt ihr auch eine bekommen die hat sie euch gefallen was denkt ihr so benutzt ihr auch immer alles oder verschenkt ihr auch einfach viel an freunde an bekannte lasst mich wissen in den kommentaren wenn ihr noch nicht abonniert habt hier oben in der ecke ist immer so ein kleines feld kostet nix ich sag's immer wieder dann bitte abonnieren weil dann seht ihr mein nächstes video automatisch hochpoppen in euren subscriber listen und da würde ich mich freuen wenn wir uns da wiedersehen ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes wochenende wo immer ihr seid vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal